so gut ich guck mal dass ich in deine richtung komme zu langsam zumindest da bin ich zumindest ein bisschen aus der schuss 3 raus so mit der drohne gerade unterwegs okay das ist hier von gegner eine die herumfliegt man hört sie ja das sind jetzt erstmal hier nur zwei das sind jetzt erst mal nur zwei oder eigentlich auf dem schirm der da sitzt ich hätte ich hätte hier den der krater noch läuft warte 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 jetzt sehe ich ihn gerade nicht so er ist vor mir es geht ja gerade weg ich habe beide auf dem schirm gerade ich habe gerade ich habe leider gerade nicht so wirklich visuell weil hier so viel grün zeug jetzt habe ich jetzt habe ich wieder ja der dreht glaube ich seine runden der eine der andere sitzt die ganze zeit nun der andere dreht seine runden wenn er hier wieder vorbei geht könnte ich ihn könnte ich ihn erwischen aber ich kann schalten wir auf der wasser ab ich ziehe drauf nie habe ich auch kein drauf musst du drauf machen zielen und dann links erst mal schnell tarnen hier weil da fliegt schon wieder drüber hier ja jetzt habe ich entscheidend war drauf der soll ich mal versuchen bei der nächsten runde ihn zu erledigen ja jetzt auf bescheid dann ziehe ich den als nämlich den sitzenden ok muss gleich mal gucken wenn er hier wieder vorbei geht sie sind nicht ich habe nie wirklich ein gutes schussbild ich sehe von hier locker ja ich habe aber von meiner position aus die ein gutes schon doch hier rüber warte mal wenn man der beste weiter so 321 so das waren schon mal zwei eindruck ja ein trupp von zwei leuten naja war ein versuch wert ich hatte gedacht ich könnte die die ins lager feuer bringen hatte da könnte irgendwas kommen naja hier hinten das rote punkt auf jeden fall wieder einer steht und einer läuft beide laufen ok ich habe mich geirrt hast du hast du ein das muss ich gerade nur orientieren ich sehe nämlich nichts von dir ich kann nämlich nicht in wochlage gezielt und ja jetzt hätte ich ein der da steht gerade mit dem rücken zu mir links von dir von dem so warte aber den anderen sehe ich gerade nicht ich sehe auch nicht jetzt läuft auch gerade weg jetzt sehe ich den anderen aber nicht jetzt kommt der ein auf sich zu jetzt habe ich den anderen im blick ja ja ich habe ich habe jetzt ein baum steht und einer steht hinter dem torbogen ich habe jetzt sind der mit dem rücken zu uns steht ja jetzt geht er wieder weg ich habe jetzt ich habe jetzt mit der glatze der direkt vor mir steht ich hatte den anderen den mit haaren jeder ist weg gegangen ja ich habe jetzt glatze ich glatze stehen ja aber der andere ist jetzt weggelaufen habe ich in meinem blick das lange gebraucht ja jetzt geht glatze weg der ist schon schön vor mir an dem ding ist drin an dem stein jetzt geht glatze zu baum stellt sich jetzt dorthin hast du haare nee den sehe ich gar nicht der ist ganz weg wir müssen wieder warten bis die wieder so stehen wie gerade eben ja dann nehme ich den mit dem mit den haaren und du den mit der glatze ich nehme glatze du nimmst haare ja jetzt geht glatze weg jetzt müssten sie gleich wieder in der position stehen wie eben der mit haare kommt wieder ja glatze stellt sich jetzt wahrscheinlich hinter die steile ja natürlich so ich hätte jetzt haare wieder ich habe aber glatze nicht glatze wird jetzt aber gleich rüber kommt zu mir und dann habe ich das zu dem anderen siehst doch ja jetzt kommt glatze kannst du warte ich lass es kurz hinstellen jetzt geht jetzt geht er weg wieder die haare soll ich glatze tüten nein der andere ist weg wieder weg gegangen ja warte wir machen das gleich anders wenn die wieder okay warte und jetzt kann ich wieder links gehen ich setze mich auf eine andere position um ich gehe auch auf eine andere position weil dann kann ich nämlich hinter die steile gucken hoffe ich zumindest da ist ein bisschen der plan dahinter so ich gucke jetzt mal durch glatze jetzt parallel laufe so hast du haare ja ich habe glatze 3 3 2 1 tot ja wir sind vorbereitet und lange vorbereitet aber es hat funktioniert so letzten trupp schön sauber weggeäumelt ja schön sauber weggeholt ein schuss direkt auf den kopf so dann gucken wir mal es sind glaube ich auch wieder zwei ja so wahrscheinlich immer zwei ja ich denke mal das wird sich je nachdem wie viele spieler man hat ja anpassen ja ja so jetzt gucke ich mir mal das da oben an jetzt muss ich mir mal gerade gucken wo ich bin so äh einer auf steg und einer hinterm baum jetzt wieder einmal ist das glatze wieder oder ist das mütze zweimal glatze glaube ich nee einmal mütze einmal für mich sehen die gleich aus ja wie auch immer hier tut sich nichts es gibt nichts zu berechnen bei mir hier ist auch alles ruhig nee das eine ist auf jeden Fall Mütze und das andere weiß ich jetzt gerade Mütze ist jetzt gerade der der sich bewegt und glatze ist der der steht ne ja das ist glatze glatze und Mütze genau Mütze glatze ja Mütze glatze ja so alles klar gut dann weiß ich Bescheid Mütze ist der erste vorne auf dem Steg der jetzt gerade so ein bisschen läuft der weiter links weg ist glatze steht der jetzt wieder der jetzt wieder hinterläuft zum Steg ja glatze steht jetzt sind beide warte mal jetzt läuft wieder Mütze ja gut alles gut nichts passiert er dachte er hätte mich gesehen dann sucht er eine andere Stelle ja wo ich bin kann sie mich gar nicht sehen da ist da hinten ja so warte warte ich setze mich jetzt um und hab jetzt glatze ne Mütze Mütze ist das aber die mögen sich jetzt gerade beide jetzt steht glatze hinten und Mütze vorne aber nicht schlimm ich hab sie am Visier äh so lebt ich glaub sie stehen die beide gleichzeitig jetzt stehen sie mal beide gleichzeitig oder doch oder ne jetzt aber also ich hab Mütze im Visier ja aber jetzt läuft die da glatze irgendwie die laufen beide im Mütze und ja so ich hab jetzt den vorderen im Visier also von dir aus gesehen links ich hab jetzt den anderen gut machst du sitzt runter 3 2 1 happy yes weil der Moment hat der sich bewegt bei mir auch deswegen muss ich gerade er hat sich weggedreht beim ersten Schuss deswegen muss ich ihn gerade auch mit mehreren Körper auf links treffen so jetzt müssen wir zu dem Treffpunkt mit dem Samuel wieder so hier kannst du noch irgendwas looten ich hab hier gerade leichte Grundführer hier ist noch irgendwas okay Karte aktualisiert hinter uns irgendwo muss das sein da kommst du zu mir ja bin unterwegs wir müssen praktisch in die Richtung da das war keine Absicht äh ja warte mal da bist du ich bin jetzt wieder zu freudig halbe Stunde noch naja ein zwei Völkchen noch und dann passt das zumindest ja das mal dann setzen wir uns Sonnenswahr noch mal ein bisschen ran dann haben wir noch etwas und dann kann es wieder eine etwas längere Pause geben also es kann ja passieren dass mal so zwischendurch mal ein zwei Monate Pause sind Vorsicht Flugzeug danke für den Hinweis so Flugzeug fliegt ich war schon so ein bisschen auf dann auf Radar so mein Typ sieht gerade aus wie so eine Leiche in Pompeji ja so du kannst dich immer zu wegen wir sind ja raus aus dem Fokus oder findest du nicht auch bisschen drickig gemacht das ist ja sehr matschig pumpig ja wie fühlst du dich heute ja ich fühl mich heute ein bisschen matschig so warte mal hier links ist irgendwie wieder Feindpräsenz sind allerdings erst mal nur einer ist ein Kommandant ach der da tot nee das war noch einer hab ich sehr gut zweiten hab ich jetzt nicht auf die Stelle nicht gesehen aber dann kommt man da mit dem Hally haben wir kurz aus dem Verkehr gezogen ich will mal die Kiste hier reinschauen ja das war auch mein Plan nur mein Charakter sagt ja irgendwie äh ich hab keine Lust so ich könnte zwar auch rennen aber ich hab irgendwie keinen Bock hier einfach dumm in irgendwo in irgendwelche Vereine reinzurennen ja ist sie schon schon ja ich stimme ich schob mir das mal ein bisschen näher mit der Drohne an es sind drei vier ich such grad eine Stelle von der ich gute Sicht hab es sind nur vier so also es ist jetzt jetzt ist es relativ egal jetzt könnten wir uns entdecken lassen ja der der mit dem roten Punkt drüber ist übrigens der Samuel den dürfen wir nicht erschießen der mit der Hände hoch ich weiß soll ich mal den mal soll ich mal auf den Stick holen fangen wir mal an oder jo der bei Samuel lebt noch der liegt nur verletzt da glaube ich ich hab zwei hier weg sehr gut damit haben wir so die haben sich ins Zeug gelegt muss ich schon sagen ja die haben wirklich alles versucht danke wie wär's wenn ich hier aufräume und sie zu meinem Schuppen rüber gehen als Jägerkollege werden sie sicher von meiner Sammlung beeindruckt sein ich habe alle Fallen selbst gebaut ich denke sie wissen solche Qualität zu schätzen vielen Dank auch Samuel es wäre mir eine Ehre ihre Sammlung zu sehen so jetzt sind wieder irgendwelche Sachen noch die rumliegen ich habe eine Schlüsselkarte für die Hütte gekriegt ja ich soll jetzt zu seiner Hütte gehen ah das ist noch hier Munition ne warte mal hier ist noch irgendwas und die nicht mitnehmen noch mehr Stimmen ja aber nur zwei die sind hier gegenüber dem Ufer der hätte hier noch hier so ne Kiste einer tot ich weiß ich muss Dachladen schon tot beide in der Hütte in der Hütte hier ist noch ne Kiste ja ich hatte es schon gesehen um in der mit der links aber ich habe mal kurz eben die zwei Stimmen die da so rum vielleicht noch ausgeschaltet die neue Hose dann nehmen wir sie mal kurz eben an die wir sagen sind wir da ein bisschen besser geschützt so dann komme ich mal zu dir zumindest in deine Richtung ich wundere mich hä wieso bist du unter mir aber nur ist ein Keller den habe ich gar nicht gesehen oh boin juhu Einsatz abgeschlossen perfekt Puh hey ca ber ha marty ha 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 sagt medi Bis zum nächsten Mal.